Oh, hier sind noch mehrere. Da ist einer. Ah! 3? Nee, das müssen mehr sein. Das müssen noch mehr als 20 sein. Au! Kann mir nicht vorstellen, dass echt nur noch... Ey, da fehlt mehr. Na komm, wieder zurück. Scheiß Füße. Noll! Oh Gott. Hey Mann! Dreh wieder um! Oh, wegen dem scheiß Text, ey! Na los! Jetzt aber! Okay. Ich hör nichts. Passen! Ist hier doch Ruhe? Ist das ganz oben doch die letzte? Kann nicht sein. Hm. Na mal schauen. Ist das doch die letzte gewesen? Also in dem Raum scheinbar auf alle Fälle. Ich hör hier nichts mehr. Hier ist auf jeden Fall noch einer. Oder auch nicht. Oder unten ist noch ne Tür. Halt! Ich hab was gehört. Oh Gott. Lass mal da rein. Hier waren wir noch nicht. Hey, hier ist auf jeden Fall noch was. Es ist mehr als eine. Oh Gott, wie viel denn gibt es denn? Ich kann aber schön hüpfen. Ich kann ebenfalls das wegwerfen. 22! Gibt es 25 Spinnen? Kann ich mir den Kissen hochziehen? Ja! Ja! 22! Ich brauche Käfer. Alter! Wie komme ich denn da rüber? Ich habe die Idee. Bingo! Was gibt alles? Was haben wir denn hier? Hilfe! Noch ein Käfer! Den dritten kriege ich auch noch! Jawoll! Oh Gott! Ey, sind das etwa... So, Fülle? Oh, das ist krass, ey! Oh, da war was! Ich erinnere mich, dass ich hier gegen den Baum musste! Holla! Okay, es sind wahrscheinlich 30, wenn ich das recht im Sinne... So, rein logisch gesehen sollte das so sein! Okay, Käfer habe ich jetzt jedenfalls. Und... Ah, ich habe sie gesehen! Hier ist der zweite, oder? Zwei Stück fehlen! Zwei doofe Stück fehlen! Ich finde die schon, aber... Mal gucken, was die Käfer mir da rausschubsen! Die Spende kann es nicht sein! Ich höre keine mehr! Pfeile! Wie um alles in der Welt komme ich eigentlich da rüber? Idee! Ach! 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 Mhahaha! Okay! Die Idee hat funktioniert! Lol! Okay! Hier ist nichts! Hier muss was sein noch? Ganz leise! Hier ist noch mal was. Da. Okay. Das heißt, ich muss auf der Seite hochkommen. Da ist die Tür. Ach, das sollte ich noch in den nächsten 10 Minuten schaffen. Genau, wieder als Deku. Ach, Quatsch. Was sind denn da hier? Da ist noch einer drinnen, würde ich mal glatt behaupten. Ja, es ist sehr lautes Geräusch. Es hat meines Erachtens nicht geleckt hier. Eins. Zwei. Wo ist der dritte Käfer jetzt schon wieder hingekrabbelt? Der braucht immer Stunden, eher er da ist. Ah, wunderbar. Dreh dich doch einfach. Ich wollte eine Würbelattacke machen. Okay. Ach, so komme ich gleich darüber. Wo ist der Zwischenstopp auf der Mitte? So. Sicher ist sicher. Oh, da war es schon. Die Maske mit einem Flugabsetzen? Ne, aber. So. Steht da eigentlich was, was ich lesen kann? Ne. So, irgendwo. Ah, genau. Ich höre nichts. Hier ist keine Spinne mehr. Ich mache es einfach, aber hier kann keine Spinne sein. Das ist so ruhig. Das ist viel zu ruhig. Zeig doch. Hier kann keine Spinne mehr sein. Hier ist aber auch nicht. Willst du mich verarschen? Hier fehlt doch noch eine Spinne. Ich kann doch nicht deswegen länger machen. Ah. Guck mal, ich habe hier noch was gehört. Hier muss doch noch irgendwo... Ja, okay. In einem von den Dingern ist die drin. So ein Peil, sieh doch an, ey! Das ist doch nicht wahr. Ah, okay. Ach, da ist er doch. Na, endlich. Ich habe sie alle. So, jetzt schon schnell zu dem Typen. Es waren doch 30. Naja, gut, okay. War ich mir nicht mehr sicher. So. Und wieder eine Maske mehr. Ach, ist der schön schnell. Geschafft! Na, nun sprich doch endlich mit ihm. Ich bin befreit. Ich dachte schon, mein Ende wäre gekommen. Vor einiger Zeit hat mir jemand diese Maske gegeben. Er meinte, ich könnte damit reich werden. Er sagte, die Anweisungen seien hier irgendwo niedergeschrieben. Aber als ich danach suchte, wurde der Fluch auf mich gelegt. Hätte ich geahnt, dass ein artiges Martyrium auf mich wartet, okay? Ein derartiges Martyrium auf mich wartet, hätte ich sie niemals angenommen. Nimm sie, sie ist da hin. Gerne. Komm mal her damit. Du hast die Maske, der Wahrheit erhalten. Juhu. Ich nehme sie gerne. Alter. Von mir aus hättest du die aufbehalten können. Ich hab genug. Sobald ich mich besser fühle, gehe ich nach Hause. Ach, ist doch besser, wa? Das Lustige an der Sache ist, wenn wir die tragen, können wir mit Tieren reden. Die Schnauze voll von meinem blöden Herrchen. Was hat ein Rennhund wie ich hier überhaupt verloren? Ach, wie sehr ich doch die Ranch vermisse. Flieg, Alter, flieg. Flieg. Ja, okay. Da war da ein paar. So. Äh. Ja, das war's jetzt erst mal. Ich bringe jetzt noch das Geld auf die Bank, damit ich auch wieder eine Runde, eine halbwegs. Runde so. Habe. Oh Gott. Ja. So. Ja, und dann ist für mich hier sowieso jetzt erst mal wieder Ende. Beim nächsten Mal machen wir die Nachschau. Ja. Ich habe gute Laune. Auch wenn ich dich mit Fraps aufnehmen kann. Das ist zum Kotze. Das ist zum Kotze. Aber es gibt eindeutig schlimmeres im Leben. Ich glaube, es hat gerade gelegt. Aber gut, ich beende ja jetzt sowieso. Sobald ich das Geld weggebracht habe. Ach ja. Hey, Alter. Ja, ich will. Geld. Einzahlen. 599. Wie viel möchtest du einzahlen? Äh. Eins. Drei. Dann habe ich wieder eine glatte Summe. Dann habe ich 630. Yay. Komm zurück. Später. Dann irgendwann ja. Okay. Ja, okay, Leute. Dann, äh, wie immer. Halt bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heiß ist, verbleiben 72 Stunden. Bis dann. Hallo. 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 Halt bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020